Im Landschaftsschutzgebiet Veitsch, Schneealpe Rax, befindet sich der Naturpark Mürzer Oberland. Ein Hotspot für Skitourengeher und Winterenthusiasten. Besonders wichtig ist hier ein behutsamer Umgang mit unserer Tier- und Pflanzenwelt. Richtiges Verhalten beim Aufstieg und bei der Abfahrt, das Einhalten von Wildruhezonen und der Schutz von Jungwäldern müssen die Grundlage für alpine Unternehmungen bilden. Schützen durch Nützen für unsere Zukunft und unsere nächsten Generationen. Untertitelung des ZDF, 2020